So, und wir gratulieren ganz herzlich Ivica Kostelitsch zum Gewinn der Silbermedaille. Ivica, Sie haben zuerst gemeint, es geht sich nicht aus, jetzt ist es sich doch ausgegangen. Wie glücklich sind Sie? Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt.